und damit ein moin moin und herzlich willkommen zurück bei gothic 3 so es ruckelt weil ich das spiel gerade erst angemacht habe man kennt man kennt man kennt so ich war gerade glaube ich dabei einfach mal diesen unrat zu besorgen entsorgen und hoffe dass nicht zu viel auf einmal jetzt an gerannt kommen oi 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 ok das sind doch ein paar ein paar mehr als ich dachte die auf einmal kommen jeder pfeil hat gerade eine sehr komische bahn eingenommen hat sich jetzt aber nicht zu traurig ja ja komm oh nein er ist tot was soll ich muss irgendwas cool ist aber ich glaube nicht hier ja gut die sind orange aber nicht rot das ist okay gepanzerter rebell ich habe das gefühl dass ich explosions pfeile da unten brauche einfach nur mal aus spaß damit es werden gar nicht mehr auf einmal getroffen damit also war das ziemlich sinnlos was ich gemacht habe aber man lernt daraus so leben zwar noch aber entschlossener rebell schauen ob ich seine entschlossenheit aus seinem gesicht heraus prügeln kann das ist schlecht aber hält des krieges ja deine hält taten werden wir vergessen ist mir egal am besten mache ich das einmal so ich hoffe die sehen das und sind rot das wäre jetzt das beste eigentlich danke dann habe ich sie gleich das ist schlecht das ist okay gut ich habe also die schnelligkeit auf meiner seite das ist doof okay sind immer noch rot das ist ein bisschen ein bisschen ungünstig ja alles von vorne hätte ich bloß zwischendurch gespeichert aber nein so klug bin ich ja nicht so klug bin ich ja nicht ja da sind wir wieder haben jetzt drei minuten knapp vier minuten fast vergeudelt sage ich mal wenn ich das jetzt aber schaffe warte mal ich hör mal auf ich mach mal den explosions feil rein und wenn ich die jetzt am anfang ganz schnell töte und die dann sind die dann direkt sind sie nicht ich hätte irgendwie gehofft dass sie dann direkt rot sind die dann nicht auf dem boden noch mal fertig machen muss genau das habe ich gehofft dass ich die dann nicht auf dem boden noch mal fertig machen muss okay das war strategisch nicht ausgereift so mittlerweile sind fünf minuten verschwendet ich wollte eigentlich nochmal gucken die meteor will ich noch behalten flammenwelle wäre okay eiswelle wäre noch besser geil wäre es wenn ich irgendwie feuerregen benutzen könnte aber das geht ja leider nicht tiere rufen haben wir hier tiere irgendwo in der nähe einfach nur mal nur mal spaßes halber um mal zu weh 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 kenten ist kein tier in der nähe das beschweren krankheit übertragen schlaf eisland sind hier zehn tiere rufen telekineser da sitzt nichts geiles dabei das einzige was ich mir halt gut vorstellen kann ist die eiswelle 121 das reicht natürlich nicht noch irgendwas da machen wir das so was dann mache ich einfach mal das gehe dann hier mitten rein höre auf mit der magie ja ja mache ich gleich und das war jetzt nicht so geil wie ich es mir vorgestellt habe muss ich zugeben ja ist ja gut ist okay ich habe meine fehler eingesehen und werde das nächste mal äh feuerwelle wird aber die rüste ich erst aus wenn ich drinnen bin die sind ja nicht bild die sind doch nachtragend hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht weiß nicht warum aber der königsteuer aber ja glück gehabt weil ich nicht treffen kann also den spaß erlaube ich mir jetzt aber noch kriege ich dich doch noch kriege ich dich doch noch der königsteuer spacko hat es kaputt gemacht wäre der nicht draußen gewesen hätte es funktioniert dann halt dann halt die als bewährte strategie einfach mal reinschießen irgendwen wird es sowieso treffen ach ich werde es bereuen ja ich werde es bereuen deswegen machen wir einen kleinen ruckzuck ja also hat aus zu sehen dass die macht geöffnet ja weil ich klug war und ja was sonst ihr könnt es euch denken nein ja ja dann halt so wenn wir schon die möglichkeit haben wenn wir schon die möglichkeit haben im inventar die zeit kam anzuhalten die nicht mal so frech macht es einfach mal muss man so langsam ein töten damit die rot werden nein das wollte ich nicht wollte tatsächlich das auch nicht machen muss ich das halt so machen so sind jetzt mal bitte rot aha ausweichen woche wechseln ja ich schlage dich zum fünften mal so und dann jetzt auch noch mal du ach ich finde es immer wieder aufs neue interessant steht aber schön ja so und zack und dann haben wir das so aber was ganz ganz wichtig ist jetzt was wirklich sehr sehr wichtig ist ich speicher damit wir nicht noch einmal zeit verschwenden und vor allem noch mehr zeit verschwenden wir haben schon genug zeit verschwendet entschlossener rebell der sieht leicht aus ist lustig wie die von rot auf orange auch weiß was natürlich eigentlich nicht sein soll aber kommt bekannt vor ich glaube der war für irgendeine mission relevant was jetzt natürlich egal ist außer es ist eine tüte an der fest dann ist sie noch nicht kaputt aber das wird so blöp 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 und ist noch einmal so hoch zum zwei genommen sagt mir aber bitte dass die sie bleibt jetzt zumindest tot und um die mache ich mich so der kriegste oma köln sag ich doch dass mir der name irgendwo her bekannt vorkommt hat nicht mal hat nicht mal irgendwas cooles dabei ich müssen der loot ist manchmal ein bisschen traurig schon so ein rebellen anführer hast und der irgendwie ja also nichts wichtiges dabei hat so aber die frage ist jetzt ich glaube dass jetzt keiner der entlaufenen sklaven hier dabei war die ich töten muss das heißt die muss ich dann auch noch mal suchen könnte nervig werden aber passt schon ich denke mal das meiste hätten wir jetzt hier eigentlich auch so ich weiß dass es beziehungsweise ich glaube zu wissen ich speicher mal war jetzt sehr klug zu speichern während das spiel von sich auch schon geruckelt hat immer wieder eine freude die frage ist waren die entlaufenden sklaven schon dabei oder gibt es hier noch irgendwo eine haltestelle mit mit sklaven die zu bett gebracht werden möchten ich weiß dass hier auf jeden fall in der nähe auch noch ich glaube das größte rebellenlager ist irgendwo und heißen gott im bär herrscherkraut oder so ruinen ich glaube das ist da ich meinte das ist ich mal das ist ja fast schon und zwei max lebensende speise ich mir auch mal rein ich gucke hier einfach noch ein bisschen vorsichtig nach hinten ich meine früher oder später kommen wir sowieso hin das ist da ich glaube wenn ich jetzt da in die richtung lauf da ist dann glaube ich dieses rebellenlager von dem ich sprach glaube ich deswegen gehe ich da erstmal noch nicht hin ich gehe mal nach aber es sehen wir das mal guck mal ob das mit den entlaufenden sklaven so war ich habe glaube ich in silben haben wir erst 56 schiff kein plan den logan sklaven sind also schriftlich mit gebraten fleisch ja muss ich hier mal suchen bratenes fleisch warum habe ich dem das nicht gegeben hatte ich als ich die quest dann genau hier ich habe gebratenes fleisch dank dir jetzt müssen wir nicht ich habe hier einfach deswegen habe ich nicht gemacht okay wenn ich speicher und den um und ihn töte ist das doof gelaufen ich hoffe ich habe gespeichert ich weiß es gar nicht mehr ich hätte gedacht dass es vielleicht irgendwie punkte gibt weil ich den rebellenuntergrund irgendwie kaputt gemacht habe aber scheinbar nicht gut ich habe gespeichert das hört mich das ist das mit der kann ich dann nach oben bringen der hat sie nichts mehr ja ja das willst du ja gut der hat nichts der hat nichts du solltest jetzt die erste mal leiser und dann kriegen wir noch Ärger ja ich habe damit kein Problem hm den hatten wir ja ich möchte mich weiter kutschen äh machen wir die stadt wird stark geschwächt wenn der schamane grumpel fällt die miesen rebellen sollen ruhig kommen ich habe keine ahnung okay das ist jetzt natürlich sehr interessant ich bin mal so frech und penne mal hier bei ihnen was ich mal gerne ausprobieren würde weil das ja eine eine große drohe ist kann ich mal ganz frech ich habe ich bin gerade ich bin zwei die 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 Aber, naja, ich habe jetzt auch keinen Bock zu laden. Wenn die Ladezeiten so lang sind, dass du lieber einen Spruch verschwendest, als zu laden, dann weißt du, dass die Engine nicht optimal ist. Kümmer dich besser um deinen Kram. Halt die Schnauze. Gewiss. Gewiss. Wenn ich dir das Teil verkaufe, bekomme ich Ärger mit meinen Leuten. Das ergibt keinen Sinn. Naja, gut. Ich würde höchstens sowieso warten, bis ich 60 habe. Ich glaube, das lohnt sich dann am meisten. Glaub ich. Ich sage noch mal 50, ne? Ja. Oder wenn ich 50 habe, dann halt... Aber... Aber... Gut, die andere Rüstung hätte ich dann ja auch noch. Ich weiß nicht, habe ich... Ich muss jetzt selber mal gucken. Äh, hier. Breitschwert, das... Äh, ich denke mal nicht, dass ich das habe, was ich meinte. Okay. Äh, gut. In Mora-Soul war das. Was ist los, Mora? Was ist los, Mora? Nämlich die Mora-Rüstung. Ähm. An die habe ich gerade gedacht. Okay, gut. Ähm. Ich habe... Ja, oder... Ich habe... Von irgendeinem habe ich doch, ja... Frisch-Immack. Eine 210-Waffe. 220, wenn ich sie schleife. Brauche auch nur. 380 Stärke. Da kommen wir schon irgendwie hin. Hm. Ne. Nix. Zeig. Äh, Fischer hat nur das... Und das... Und das und das und du's. Äh, wo der Chefsbauer ist, habe ich gerade keine Ahnung. Ich habe... Ich habe... Innos seid besten Dank, Fremden. Mist. Ich hatte jetzt noch gehofft, dass ich irgendwie Ruf hier ein Zilben bekomme. Aber das scheint gar nicht... Mach hier nicht noch mehr, Olga. Gar nicht so einfach zu sein. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Sklaven finden. Das ist gerade irgendwie mein einziger Lichtblick, um... Oder... Eigentlich... Doch. Hm. Es gibt noch einen anderen... Weg, den ich gehen kann, der mir gerade eingefallen ist. Ah, das schauen wir gleich. Habe ich... Blutfliegenverwandlung habe ich nicht mehr, ne? Nö. Schade. Ich denke mal, ein Snapper ist schneller als ein Waran. Und ein Ripper. Einfach mal als... Ich bin ja so schnell... Ich bin ja... So schnell. Das habe ich mir anders vorgestellt. Voll. Nein, verwandelt es sich einfach zurück. Ich habe keinen Bock drauf. So. War ich schon hier oben drin? Schauen wir mal. Das ist halt das Problem, wenn man... Äh, ja, hier war ich. Das Problem ist, wenn man viel aufnimmt, wenn man Bock hat aufzunehmen. Und dann sage ich mal, äh, ja, zehn Folgen aufnimmt. Dann hat man ja theoretisch zehn Tage seine Ruhe. Ja, weil man... Oder neun Tage. Und dann muss man halt erst eine Woche später wieder aufnehmen. Weil man ja so gut vorproduziert hat. Und in dieser Woche vergisst man schon mal, was man gemacht hat. Und, äh, das passiert hier in Gothic ganz oft. Weil ich... Es wirklich sehr gerne aufnehme und spiele. Und deswegen kommen manchmal... Ja, solche Momente zustande. Aber das ist ja... Egal. Ich wünschte... Ich würde mir doch schon gerne ein... Nein, nein, nein. Ja, Remaster oder Remake. Ich glaube, ein Remake von den ersten beiden Teilen und ein Remaster von dem dritten Teil. Vielleicht auch ein Remake. Je nachdem. Also, die Gothic-Teile, ja. Nochmal in Neu und nochmal in Affengeil. Uiuiui. Ich würde, äh... Dafür tatsächlich Vollpreis zahlen. Weil ich die Spiele einfach so feier. Ich meine, ich feiere sie auch so schon, aber, ja. Das zum Beispiel ist halt... Oder das ist halt, äh... Ja, ein bisschen... Belastend auf Dauer. Hm. Wie man merkt, ich laufe gerade ziemlich wahllos wie ein Huhn oder Kopf rum. Um irgendwie die... laufenden Sklaven zu finden. Was entweder passiert oder nicht passiert ist, das sehen wir dann ja. Äh... Ja. Scheinbar waren die gerade halt nicht dabei, bei dem Rebellen-Untergrund, den ich gerade ausgerottet habe. Deswegen, äh... Ja... Kornstücke geil. Oh, ich habe gar nicht. Weil ich keine Tränke mache. Abgebrochen. Abgebrochen. Aber zur Not, äh... Kann ich die Kornstücke ja verkaufen, glaube ich. Das geht ja auch. Wie geht's denn hier lang? Okay. Bin mal gespannt. Hm. Ah, ich finde das... Seien wir mal ehrlich. Wenn in echt irgendwo Truhen rumstehen würden, mitten auf dem Weg... Das wird nicht funktionieren. Manche sind ja offen, manche sind halt abgeschlossen, aber nicht so doll abgeschlossen, dass man die jetzt nicht aufbekommt. Also... Hier hätte schon jemand geplündert, bevor man die gefunden hätte. Seien wir mal ehrlich. Joa. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich so krass noch ein Kornstücke... So krass in den Norden laufe. Der Weg interessiert mich hier gerade einfach. Ich denke mal, hier werden wir die Sklaven nicht finden. Doch ein Stück zu weit. Aber kann ja sein, dass sie sich gedacht haben, ach, weißt du was? So ein Skiurlaub wäre doch mal was Feines und sind hier lang gelaufen. Da hinten sehe ich auch schon... Irgendwas? Ist das der Hammerclan? Ich glaube, das ist der... Okay. Hm. Also wir haben auf jeden Fall einen Weg gefunden, um nach Nordmar zu kommen. Glaube ich. War das eine Hütte? Und ich höre Stimmen. Weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind, kann ich ja mal, äh... Oh, guck mal, das ist ein Orks. Ja. Wie man sieht, es gibt hier in Nordmar auch böse Orks. Egal, ob man jetzt Orks-Soldner ist oder nicht. Die greifen einen immer an. Ja, das lasse ich mal. Da habe ich gar keine Lust drauf. Aber das kann man sich merken, dass man dann hier vielleicht dann wieder zurückkommt. Oh, das sieht doch toll aus. Ah. Will er jetzt schon hin. Na ja, ich mache es mir noch mal einfacher und gehe noch mal nach Silden zurück. Weil ich war der Meinung, dass ich die Sklaven töten muss, um weiterzukommen. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass man, dass ich doch noch ein bisschen mehr machen kann. Schneide es gerade immer noch, oder... durch mein Teleportations-Ding ist... Hier habe ich dann nämlich noch genug. Und das ist nicht der ganz innere Ring. Es gibt hier noch Leute, mit denen ich quatschen kann. Und zwar hat mich hier auch noch mal einer angequatscht. Inok. Inok, Anok. Das sind die Geschwister. Wir werden es erfahren, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.